excuse me wir haben 2022 wie läuft eigentlich dating ab finde ich ein super spannendes thema denn es ist tatsächlich so dass tinder die neuesten statistiken veröffentlicht hat das wahrscheinlich die populärste app die man so kennt es gibt tatsächlich auch download mäßig in anderen ländern apps die so ein bisschen größer sind als tinder aber ich glaube hier gerade so in deutschsprachigen raum ist tinder so die app die man kennt ich selber erinnere mich jetzt noch an was gibt es denn lavo früher ist es immer so tinder ist so ein bisschen ernsthafter lavo ist halt eher so die schnelle nummer sage ich jetzt mal und ansonsten glaube ich was so in den letzten jahren kam habe ich aber auch nur mitbekommen weil mich irgendwelche leute verlinkt haben als er wohl so ein fake profi von mir gab war bumble genau bumble ist glaube ich auch so eine app selber nie auf dem handy gehabt also die einzige von denen die ich glaube ich drauf hatte war tinder ich selber bin da tatsächlich lebenslänglich gesperrt aus verschiedenen gründen beziehungsweise doch kann ich eigentlich teilen ich habe irgendwann mal ein youtube video gemacht mit tinder das war glaube ich punkt nummer eins also da wurde ich das erste mal gesperrt weil das youtube video hieß so viel wie wie viel follower kann man in einer woche mit tinder machen und da habe ich so eine chrome extension benutzt die ist swiperino also an dieser stelle bitte nicht nachmachen aber diese chrome extension was die sozusagen macht ist die swipet dauerhaft nach rechts also du matcht sozusagen oder du likest sozusagen jeden und dann kannst du auch noch eine automatisierte nachricht einstellen oder hatte ich damals drinnen hey cool befehl so dass ihr name immer eingefügt wird hey cool anna dass wir ein match haben ich bin leider nicht so oft bei tinder deshalb schreibt mir doch bei instagram so und ich weiß gar nicht ob ich mein profil damals sogar privat hatte oder so aber auf jeden fall haben die leute oder die mädels in dem fall wieder bei instagram geschrieben und ja so war das experiment ist nach hinten losgegangen ich wurde gebannt ich glaube ich habe damals sogar das video gepostet ich bin ja gar nicht sicher auf jeden fall egal wem ich es gezeigt habe also auch so internen freunden von mir und so alle haben gesagt boah tom nicht sicher ob du das wirklich machen kannst so und die entscheidung wurde mir dann abgenommen weil wie gesagt tinder profil war weg und das video habe ich entweder kurz online gehabt oder eh nie abgeloadet und wenn es online war dann wurde es relativ schnell gelöscht naja das war auf jeden fall sozusagen das tinder experiment und dann hatte ich mir nach meiner letzten beziehung das ist jetzt drei jahre her wir haben es gerade dezember im november getrennt also ein bisschen mehr als drei jahre her da habe ich mir auch mal tinder runtergeladen nur ich wollte mit tinder nicht verifizieren na also ich habe so das ding gehabt so weiß nicht wenn ich das jetzt verifiziere klingt jetzt komisch aber dann dann ist man so committed also dann gibt es keinen weg da raus das sehe ich meinen weil ich glaube und das ist arrogant klingt dass tinder auch guckt sozusagen mit wem könnte oder wer könnte dich kennen weil ich hatte dann ganz viele nachrichten so jo ich kenne dich du machst doch auch instagram du machst doch youtube und so und das war schon echt ein bisschen spooky dass die ganzen matches immer ankamen mit ja ich habe dein podcast gehört oder ich habe das gehabt und dann hatte ich immer direkt so komisches gefühl weil irgendwie wollte ich gar nicht unbedingt jemanden über social media kennenlernen das ist dann halt so direkt dieses okay wie sind die intentionen wirklich weißt du so jemand ich glaube die geschichte habe ich schon mal erzählt von so mädel was dann auch irgendwie so sage ich mal eher die reichweite haben wollte oder dann kommt vielleicht eine andere frau die will dann eher geld haben oder einen cool lifestyle oder was auch immer und deshalb war es mir eigentlich mal ganz recht leute kennenzulernen oder mädels kennenzulernen die mich gar nicht kennen so wo ich so das gefühl hatte okay da lernt man dann wirklich den menschen kennen und ja bei tinder war es halt so dass dann echt welche geschrieben haben irgendwie hey du hast in deiner bio das und das stehen das stimmt doch gar nicht du machst doch videos und ja auf jeden fall deshalb habe ich mich nicht verifiziert und dadurch hat tinder mich dann gesperrt weil ich dann als fake gemeldet wurde und ich habe immer so gedacht wenn mir jetzt jemand schreibt dann habe ich durch dieses nicht verifizieren immer die möglichkeit zu sagen es ist ein fake so klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwach an der stelle aber das war der grund warum ich mich nicht verifizieren wollte wenn ihr wisst selber wie das ist dann schreibst du irgendwie mal ein bisschen flirty oder so dann kommt irgendwie so ein chat verlauf in umlauf und dann wird das in anderen kontext gebracht und so weiter aber ich werde euch sowieso in dieser folge war ja letzte sehr sehr gut ankam was mich übrigens echt freut mehr so ein bisschen persönliches von mir erzählen also wir gehen es auch gleich einmal durch was bei diesen tinder statistiken sozusagen rauskam und ich will euch auch mal so mein take auf das thema daten geben wie sich das vielleicht auch so verändert hat mit social media reichweite und so weiter das ding ist nämlich und da gehe ich jetzt mal ein bisschen zurück bei mir ganz früher ich habe übrigens immer so notizen gemacht ich weiß nicht ob man das sieht also ich will nicht immer so direkt in die kamera gucken für alle die jetzt bei youtube zuschauen ich will schon so ein bisschen diese podcast atmosphäre aber ich bin nicht so ein teleprompter fan deshalb habe ich mir einfach ein paar notizen gemacht von allen dingen die ich irgendwie ansprechen will so das ding ist also bei diesen stats geht es darum worauf stehen überhaupt menschen jugendliche die haben sich viel auch auf die gen z also ein paar von den statistiken sind sozusagen nur für die altersgruppe 18 ich weiß gar nicht ist tinder und so eigentlich ab 18 dann 18 bis 25 falls ab 16 ist dann 16 bis 25 also welche charaktereigenschaft was ist dem besonders wichtig und so weiter aber auch allgemein wo haben leute überhaupt bock drauf weil mittlerweile kannst du ja bei diesen ganzen flirt apps anscheinend oder dating apps auch angeben so ich suche was lockeres ich suche eine beziehung ich suche vielleicht auch einfach nur spaß und so weiter genau das will ich einmal mit euch durchgehen und dann möchte ich euch so ein bisschen erzählen wie hat sich das bei mir mit dem daten verhalten so da gehen wir also an dieser stelle gehen wir tatsächlich wann hatte ich meine erste freundin mit 19 stimmt das ja mit 19 hatte ich meine erste freundin würde ich mal so beziffern ich hatte also alles was vorher war sage ich mal hatte keine hatte keinen sex involviert und deshalb nehmen wir jetzt einfach mal mit 19 glaube ich hatte ich mein erstes mal und da hatte ich auch sozusagen eine beziehung wo ich sagen würde okay die kann man auch wirklich als solche werten naja vorher hatte ich irgendwie auch mal was mit zwei mädels aber ja nicht der rede wert das war so diese kindergarten liebe da kann ich euch auch mal was zu erzählen weil viele die die story kennen sagen immer dass ich ein psychopat bin ich habe nämlich damals dafür gesorgt dass ein mitbewerber was diese frau angeht die liebe anna katharina dass ein mitbewerber wirklich ein zahnstocher durch seine hand durchbekommen hat will ich jetzt aber nicht zu viel zu sagen erzähle ich euch dann irgendwann mal vielleicht irgendwie so eher psychologische dinge naja auf jeden fall das war so die erste freundin aber da hat man irgendwie gekuschelt oder so da war es fancy wenn jemand so zu einem nach hause kam und ich hatte wirklich so eine kuschelecke mir gebaut so zum chillen man hat pudica getrunken das würde ich jetzt mal nicht als beziehung werden und das zweite war in der grundschule auch eine sehr heftige backstory weil das war die tanja und tanja ist tatsächlich nicht mehr unter uns tanja würde ich sagen war so meine erste flamme so in der schule wo man so das gefühl hatte okay man holt sich vielleicht mal einen kuss ab und die prägnanteste story da war halt wirklich dass sie wusste dass ich so bock hatte sie einfach mal zu küssen oder auch so dieser erste kuss und ich weiß damals nicht ob tanja schon mal mit jemand rumgemacht hatte aber ich auf jeden fall ja nicht also ich hatte nur mal dieses kuscheln mit der ankatrin oder anna katharina und dann hat die so zu mir gesagt hat die mich richtig getrappt hat die gesagt pass auf in der pause in der großen pause wenn du mich fängst dann kriegst du jetzt passt genau auf dann kriegst du was klebriges okay und da wir vorher schon immer so ein bisschen sag ich mal so rumgejoked hatten so was das thema küssen angeht war ich davon ausgegangen sie meint einen kuss und naja ich bin die ganze pause ich fetzack damals übergewicht und so bin ihr hinterher gelaufen hab sie dann irgendwann gefangen und dann hat sie gesagt okay weißt du was du hast mich gefangen so pause war übrigens längst vorbei es hatte längst geklingelt und ich dachte so okay wir müssen eigentlich rein und dann sagt sie hey mach die Augen zu so und ich dachte okay so jetzt verpasse ich vielleicht den Anfang der Stunde vielleicht kriegen wir beide Ärger aber das wird mein erster Kuss ich hab die Augen zugemacht und vielleicht könnt ihr euch denken es war natürlich kein Kuss sondern sie hat mir einen Eulensticker also das ist jetzt wirklich kein Spaß sie hat mir einen Eulensticker auf die Wange geklebt no joke und sie meinte die ganze Zeit so lass zu lass zu lass zu und so und ich stand da so mit gespitzten Lippen und sie packt mir diesen Eulensticker so auf die Wange und meine Augen gehen so auf und ich gucke sie an und sie lacht mich halt aus und wir gehen rein das war sozusagen die zweite Freundin die ich hatte oder ja das zweite Mal dass ich was mit Mädels zu tun hatte und das dritte Mal war dann eine wirkliche Freundin Tina Tina hieß die und ja da kann man das auf jeden Fall so beziffern so jetzt zu dem Dating damals ich will jetzt nicht lügen aber ich glaube es gab keine Apps dafür oder so das heißt logischerweise das eine war Spielkreis man hatte zusammen den Spielkreis das zweite Mal war die gleiche Klasse in der Grundschule und so war halt auch Tina ganz klar einfach in meiner Klasse also wir sind zusammen zur Schule gegangen so ich war damals ja sowieso absoluter Übernerd das heißt ich habe jetzt nicht irgendwie draußen großartig Leute kennengelernt so also haben wir uns irgendwann gedatet so man hat erstmal so keine Ahnung in der Pause geredet man hat Nummern ausgetauscht man hat keine Ahnung also das das hat sich so lang gezogen bis sie dann wirklich mal bei mir war ich glaube wir hatten irgendwie so eine Schulveranstaltung ich habe ja damals auch keinen Alkohol getrunken habe ich ja glaube ich letzte Folge auch erzählt und wir hatten so eine Schulveranstaltung ich weiß gar nicht mehr was das war irgendwie in der Schule so eine Aufführung in der Aula und dann habe ich danach zu ihr gesagt hey hast du Lust so mit zu mir nach Hause zu kommen irgendwie Tee zu trinken sie ist mitgekommen und man hatte da ja natürlich da lief nichts also sie ist mitgekommen wir haben Tee getrunken und wenn man heute sagt Tee trinken dann ist klar was passiert aber damals war man trinkt tatsächlich Tee so und einen zweiten Tee und dritten Tee und vierten und dann war es irgendwann vier Uhr dreißig in der Nacht und selbst dann war natürlich so dieser Moment von hey du kannst natürlich auch bei mir schlafen aber nee Tina ist dann nach Hause gefahren oder Tina sorry ich weiß gar nicht mehr Christina oder Christina I don't know und dann ist sie nach Hause gefahren naja wir haben uns auf jeden Fall zehnmal getroffen und dann hatten wir die Abschlussfahrt in der Schule und dann war halt schon so die Leute also die Kameraden die Mitschüler und so die wussten schon okay da läuft was zwischen den beiden und dann haben die dafür gesorgt dass wir in ein Zimmer kamen ich glaube das ist heute völlig normal das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben ob wenn hier junge Leute zuhören oder so aber damals war das nicht normal dass Junge und Mädel in ein Zimmer kommen selbst wenn die zusammen sind sozusagen und naja dann haben uns alle so gepressured so hey ihr kommt in ein Zimmer und die haben das dann irgendwie so arrangiert weil dann auch irgendwie andere da war noch ein anderer Mädel und Junge die hatten irgendwie auch was miteinander und die wollten zusammen und dann haben die beiden Mädels gesagt komm wir gehen in eins und ich mit dem Typen und dann hat man geswappt so naja auf jeden Fall wir waren dann zusammen die ganze Klassenfahrt und ihr könnt euch denken da ist tatsächlich so das erste Mal passiert so und für Leute die diesen Podcast schon länger hören die kennen so ein bisschen auch diese Story denn ich habe mir das natürlich vorher gedacht okay wenn wir zusammen jetzt da schlafen übernachten dann werden wir schon irgendwann Sex haben und ich habe mir wirklich ganz angeschaut das war das erste Mal dass ich wirklich so danach gesucht habe weil ich irgendwie nie das so großartig spannend fand aber ich habe mir wirklich auf analytische wissenschaftliche Art und Weise angeschaut was Leute in solchen Filmen machen und ja ich habe mir da irgendwie so die Tipps und Tricks rausgesucht sowas mit vielleicht kennt ihr das auch man geht auf Toilette pinkelt hält an pinkelt weiter hält wieder an und so damit man länger kann PC-Muskel trainieren ja sowas habe ich gemacht das waren meine Sommerferien und naja habe mich dann darauf vorbereitet wir hatten unser erstes Mal sie war komplett verstört weil wahrscheinlich waren diese Dinge die ich mit ihr da machen wollte ist natürlich nicht alles irgendwie hat nicht alles funktioniert sag ich jetzt mal das macht man wahrscheinlich nicht beim ersten Mal aber ja so ist das abgelaufen bottom line was ich eigentlich damit sagen will ist bis es zum Sex kam haben wir uns 15-20 Mal gedatet locker okay und wir waren im Kino zusammen sie war bei mir ich war bei ihr und also das ging wirklich hin und her ohne dass irgendwas passiert ist naja dann kam irgendwann mal der Kuss und man hat mal irgendwie die Hände so unterm Shirt gehabt oder irgendwie so trocken Sex oder so da erinnere ich mich auch noch dran aber that's it selbst da war man so jo weiter darf es auf keinen Fall gehen naja das hatte also einen Moment gedauert und danach waren wir ungefähr ein Jahr zusammen würde ich sagen und es war auch alles cool das war so die erste richtige Freundin das war so der Übergang bei mir von in Delmhorst gewohnt und da bin ich nach Oldenburg studieren und ja dann ist das halt so kaputt gegangen weil sie ist einfach nach Bremen ich nach Oldenburg naja ihr könnt es euch denken und das Ding ist heute funktioniert ja daten glaube ich ganz anders so also ich würde sagen in der Uni-Zeit hat sich das bei mir so durchgezogen naja das ging dann schon alles ein bisschen schneller ich hatte da auch eine sehr sehr krasse Geschichte also wer mein Buch kennt der kennt diese Story die ist in der zweiten Fassung sogar rausgenommen worden also wurde wie nass man es zensiert ich hatte dann eine sehr sehr heftige Erfahrung mit einer Frau in der Uni mit der war ich dann auch nicht zusammen aber das war so das erste Mal so dieses so Sex outside the box sag ich jetzt mal und aber ansonsten lief das halt schon ähnlich ab aber halt ein bisschen schneller als beim ersten Mal oder in der Schulzeit aber trotzdem war es irgendwie so man hat jetzt nicht eine mitgenommen und man war dann direkt zusammen weil man einmal Sex hatte Dating heute und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich zu euch ist aber echt anders glaube ich also zumindest das ist meine Wahrnehmung ihr könnt es gerne mal reinschreiben ich habe das Gefühl und das zeigen so ein bisschen auch diese Statistiken von Tinder dass alles in den letzten Jahren sehr sehr oberflächlich wurde und das mittlerweile man aber das so ein bisschen satt hat okay also ich erzähle euch gleich mal auch von meinem letzten Date so ein bisschen persönlicher wie das abgelaufen ist aber erstmal vielleicht zu den Stats also die Gen Z oder die Jugendlichen sagen feste Beziehung ist absolut out also nicht im Sinne von man will jetzt nur lockere Dinger aber die nennen das Situation Chip das heißt quasi man lässt offen ist das jetzt eine Beziehung oder nicht so einfach um keine Ahnung um sich nicht zu committen damit das nicht direkt so fest ist und man will keinen Druck aufbauen so dann sagen viele dass sie keine Lust mehr haben auf normales Daten also wenn Dates ist halt auch spannend weil das ist eins zu eins das was so mir irgendwie aufgefallen ist wenn Dates dann müssen die irgendwie cool sein außergewöhnlich sein so das was viele irgendwie in ihrer Bio haben ist so dieses Ding ein Picknick wobei ich halt glaube dass das halt auch eher ein Synonym für Netflix und Chill ist aber viele sagen hey nicht irgendwie keine Ahnung einen Film gucken oder so oder essen gehen zusammen sondern lass uns irgendwas cooles machen naja zum Beispiel gestern war ich kurz live bei TikTok und dann meinte jemand er hat ein Tinder Date und die haben am ersten Tag entschieden dass die einfach zusammen in Urlaub fliegen ist halt auch mega spannend so aber ja passt irgendwie zu dem was auch da ausgewertet wurde dann heißt es Oberflächlichkeit nimmt ab also in den letzten Jahren war es immer wichtiger geile Bilder Lifestyle viele Follower bei Instagram und Co aber jetzt haben halt viele so politische gesellschaftliche Debatten Themen wie Klimawandel Feminismus Mental Health das sind wohl so Sachen wo die Gen Z darauf achtet und die wichtigste Charaktereigenschaft ist positiv zu sein fand ich auch spannend weil klar passt irgendwie auch zum Thema politisches Engagement und dass man aber trotzdem irgendwie sagt okay ich sehe das jetzt nicht alles schwarz auch wenn vieles vielleicht gerade nicht so gut läuft sondern ich sehe dem immer noch positiv entgegen und wenn man jetzt diese Reihenfolge nimmt dann ist es halt positiv sein Humor haben und dann kommt erst sowas wie loyal Respekt Aufgeschlossenheit und als letztes Aussehen wobei ich bin ganz ehrlich ich glaube dass Tinder diese Statistik auch ein bisschen schönt weil ich mir so denke ja ich glaube das Thema Aussehen ist schon gerade auf solchen Plattformen ja das ist halt das prägnanteste ich meine alle Funktionen sind ja so aufgebaut dass es nicht um irgendwelchen Charakter hast du sondern das erste was du riesengroß siehst ist ein Bild so und du hast ja sogar die Funktion irgendwie ich weiß gar nicht wie es heißt schlaues Bild oder der Algorithmus soll sozusagen schauen bei welchem Bild am meisten Leute irgendwie wischen nach rechts wischen und dann wählt der sozusagen dein bestes Bild aus und guess what bei den Frauen ist das fast immer ein Bild mit Dekolleté wo man irgendwie den Ass sieht oder so bei Typen vielleicht oberkörperfrei oder das ist natürlich nicht ein Bild wo du irgendwie vor einer Klasse stehst und gerade einen Vortrag über Politik hältst oder so sondern das ist natürlich eher so ein Beachboy Bild von daher das wäre eigentlich richtig spannend mal Tinder schaltet mich mal wieder frei ich will da mal ich wollte sowieso ein zwei geile Experimente machen für die ich dann aber wahrscheinlich eh wieder gesperrt wird auch so mit AI Bildern und naja auf jeden Fall ist das so die Reihenfolge die sie veröffentlicht haben Humor positiv loyal Respekt oder andersrum Aufgeschlossenheit aussehen das Ding ist ich glaube dass zum Teil diese Statistik schon stimmt weil und jetzt gebe ich euch meinen Take dazu mir ist halt aufgefallen dass man früher das klingt jetzt immer so ich bin jetzt nicht steinalter aber ich bin vielleicht schon so fünf bis zehn Jahre älter als viele die mich bei YouTube verfolgen ich habe schon das Gefühl dass man früher diesen Dating Prozess und dieses Kämpfen um die Frau mehr enjoyed hat man hat das irgendwie so ein bisschen also dieser Nervenkitzel von wegen erobert man die jetzt oder nicht so vielleicht ist das auch nicht bei jedem so aber ich bin ganz ehrlich bei mir war das auf jeden Fall so dieses Schreiben dieses Erobern der erste Kuss das erste Mal Sex und so das war schon was Besonderes und ich kann es ja ganz kurz erzählen was für mich ein unglaublich heftiges Ereignis war war damals auf meiner auf der Ersti-Party wo ich eigentlich gar nicht hin wollte ein Kollege von mir hat gesagt ey komm wir müssen da hin Ersti-Party und so weiter da war gerade Schluss mit meiner Freundin von der Schule und wir sind so zusammen hin ich habe zu der Zeit aufgehört mit Computerspielen ich habe sehr sehr viel abgenommen ich habe damals so Ephidrien genommen mittlerweile ist das verboten damals war es frei verkäuflich damals so Ephidrien genommen jeden Tag joggen gegangen also ich habe echt krass abgenommen ich habe angefangen Basketball zu spielen und trotzdem war ich so kein Alkohol und ja naja er sagt komm wir müssen auf diese Ersti-Party und ich gehe da hin und auf der Ersti-Party lerne ich halt dieses Mädel kennen und ich will das jetzt nicht zu lang machen weil vielleicht mache ich meine eigene Folge darüber aber das Mädel hat halt auf der Party Drogen genommen und wollte auch dass ich Drogen nehme und jetzt nochmal ganz kurz zu der Tanja um euch das einfach nur gesagt zu haben warum ich auf dieser Party nein gesagt habe Tanja ist damals an einer Überdosis gestorben und das war halt mein Crush in der Schulzeit und ich weiß nicht ich musste mich da so krass dran erinnern ich habe neulich die Story mal jemandem erzählt deshalb ist das irgendwie bei mir gerade so präsent wie ihre beste Freundin Mascha die bei mir in der Nachbarschaft wohnte irgendwann im Sommer also das war nicht mehr Grundschulzeit ich glaube das war Orientierungsstufe oder Gymnasium ich weiß I don't know und dann ist so Mascha bei mir so vorbeigefahren ist so angehalten ich war so draußen im Garten in der im Haus noch und dann sagt sie so hey Tom wie geht es dir und so und wir reden wir reden und klar dann kam natürlich so meine Frage und was macht Tanja und du hast richtig so gesehen bei Mascha also ihrer besten Freundin die war so oh du weißt das gar nicht ich so nee was ja Tanja ist tot das fand ich so krass weil wir waren ja damals in einem Alter ey lass mich 14 15 gewesen sein vielleicht 16 oder so und das mit Tanja war ja nicht lange her so wann hatten wir das mit 10 9 10 Jahren oder so und ich sag wie tot sie so ja die ist an der Überdosis gestorben so die hat Drogen genommen gekokst und Ecstasy genommen und so und für mich war das damals so unglaublich das war das erste Mal dass ich damit so Kontakt irgendwie hatte ich wusste halt auch nicht dass sie Drogen nimmt ich meine kleiner Grundschule hat sie es wahrscheinlich nicht getan aber muss ja dann so in den letzten Jahren passiert sein und als ich dann auf dieser Uniparty war und dieses Mädel die wirklich also das Mädel war echt eine 10 von 10 und ich war damals also ich hab mich selber so also ich hätte nie eine Chance bei der gehabt wenn die nicht völlig zugewesen wäre und die wollte halt unbedingt Drogen nehmen und in dem Moment musste ich das so dran denken hab keine Drogen genommen aber trotzdem hab ich mit der in dieser Nacht was gehabt und das war sehr sehr crazy alles und ja damals war das eine Geschichte und ihr merkt es selbst heute ist das eine Geschichte wo ich immer noch so drüber nachdenke weil ich das so heftig fand aber ich glaube die Jugend von heute hat das gefühlt jedes Wochenende so also es ist glaube ich nichts besonderes mehr so du gehst mit jemandem von der Party nach Hause hast mit der Sex naja auf jeden Fall was ich sagen wollte ist das hat sich halt so hart verändert und ich bin ehrlich als ich angefangen habe auf Social Media Follower zu haben beziehungsweise als ich sage ich mal im realen Leben wie definiert man das jetzt die Karriereleiter nach oben bin I don't know als ich irgendwie so ein bisschen Erfolg hatte damals im Vertrieb vielleicht ein bisschen mehr Geld verdient habe oder so dann hast du schon gemerkt okay jetzt kannst du oder jetzt haben andere Frauen an dir Interesse und mir war immer klar weil ich schon immer so mein Bewusstsein gut gepusht habe und schon immer jemand war der so Dinge hinterfragt hat ich bin sehr misstrauisch dass die Frauen nicht immer so an mir Interesse hatten aber ich habe das schon eine Zeit lang genossen so egal ob das jetzt Golddigger waren oder ob die einfach Bock hatten auf viel Reisen ich bin früher viel gereist viel quasi unterwegs gewesen und so aber es kam auf einmal so Mädels zu mir die hätten mich früher gar nicht angeguckt also so Grundschul oder Grundschul Gymnasium oder Studienzeit oder so hätte ich keine Chance bei denen gehabt und das habe ich schon genossen das heißt ich will mich da jetzt gar nicht rausnehmen oder so auch ich habe sowas mitgenommen also ich habe die dann gedatet oder gesagt ey komm einfach mal mit auf einen Trip oder so und es ging dann aber so weit im Vertrieb du musst dir vorstellen wenn du auf der Bühne stehst das ist ja was also Verkaufen Marketing und so da gibt es ja immer so Veranstaltungen und da habe ich halt auch gesprochen und wenn du auf der Bühne stehst dann gibt es ich will es nicht über einen Kamm scheren nicht dass ich jetzt hier krank gecancelt werde für die Folge aber es gibt schon so wie nennt man das Hype Mädels oder so die es einfach geil finden so hey der Typ hat Aura Charakter der steht auf der Bühne ich finde das geil da gab es schon so Angebote von wegen ey hol mich mal Backstage lass uns einfach Sex haben so und das findest du am Anfang halt mega spannend weil klar das ist halt wie so ein Traum so also ich glaube ein Traum vieler Typen bin ich klar bei mir safe früher so gewesen wenn ich mir das vorgestellt hätte eine heftige Frau sagt zu dir jo ich will jetzt hol mich mal Backstage ich hab Bock mit dir Sex zu haben Traum na genauso wenn ich jetzt einen weitergehe in einer anderen Wohnung damals wo ich noch in Oldenburg war Mädel ist so ja ich bin dieses Wochenende in Oldenburg und so hast du Bock kann ich bei dir vorbeikommen lass uns einfacher starten so ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen sonst ist das hier am Ende gelb und zensiert oder so aber ihr wisst was ich meine und es ging halt so weit dass ich dann immer mehr so Bilder und Videos bekommen habe und so als das gerade auch so mit Instagram anfing und das ist am Anfang alles cool okay also würde ich lügen wenn ich sagen würde oh ja das fand ich voll eklig oder so ich weiß nicht es gab so ein TikTok Video ihr wisst glaube ich wen ich meine da war so ein Typ der hat gesagt oh bitte schick mir keine Nudes und sowas sag mir lieber was deine Ziele sind und ganz ehrlich das ist auch BS meiner Meinung nach also jeder Typ findet das irgendwie geil oder so mal Nudes zu bekommen also das kann ich mir nicht vorstellen dass jemand sagt oh finde ich jetzt voll eklig oder so also außer man findet die Person vielleicht nicht attraktiv aber es war auf jeden Fall es war cool es war nice man hat so dieses Gefühl von Bestätigung weil ein Nude ist ja quasi so ein Vertrauensvorschuss also jemand schickt dir ein Nacktbild heißt ja quasi hey ich vertraue dir dass du es jetzt im besten Fall nicht direkt publisht überall dass du es vielleicht auch nicht deinen Freunden zeigst aber es ist schon sowas von wegen ey guck mal das bin ich so ein Angebot man verkauft damit ja auch so nach dem Motto hast du darauf Bock was du siehst und ich höre hier gerade so ein Helikopter vielleicht habe ich auch etwas Falsches gesagt naja auf jeden Fall ich habe es genossen aber irgendwann ich bin da jetzt voll ehrlich irgendwann hat man es so ein bisschen wie sagt man das man hat es über es ist too much also ich habe das Gefühl es gibt ein Überangebot an willigen Leuten ich will gar nicht sagen nur Frauen also klar aus meiner Perspektive jetzt weil ich auf Frauen sehe aber ich bin sicher genauso ist es halt bei Typen Typen haben tendenziell das war ja immer so dieses Klischee so ja Typen kann man immer haben aber ich würde sagen mittlerweile kann man das gar nicht mehr so gendern also es gibt genauso viele ich sage es einfach mal so Frauen wie Boys ich würde sagen das tut sich nichts also muss ich ehrlicherweise sagen und das ist auch gar nicht schlimm auch bei TikTok hast du ja manchmal so dieses dass dann irgendwer sagt ja geht gar nicht und so billig und hoffentlich sind deine Eltern stolz ich judge das nicht naja ich urteile nicht darüber ich ey jeder soll so machen wie er Bock hat nur und das ist so ein bisschen mein Punkt mir selber ist aufgefallen dass mich irgendwann hat der Reiz verloren so weil wenn du jetzt zum Beispiel jemanden kennenlernst dann datest du die Person und am Anfang hast du vielleicht ein Bild du kennst die Person ein bisschen du lernst sie kennen und dann ist so dieses Step by Step ich nehme jetzt einfach mal meine Ex-Freundin von vor drei Jahren die kennt eigentlich keiner die ist jetzt nicht groß auf Insta oder so die war halt in meinen Augen unglaublich hübsch aber die war halt nicht so beim ersten Mal nackt und ich wusste direkt okay wie sieht sie nackt aus wie wird der Sex mit dir sein und es war schon so dieses Spiel so weißt du dieses Spiel es geht hin und her und man erobert und dann hat sich aber der Sex auch gesteigert in der Beziehung weil du hattest nicht beim ersten Mal Analsex jetzt einfach nur mal als Beispiel okay wahrscheinlich ist die Folge jetzt eh gelb egal und hast nicht beim ersten Mal so alle heftigen Sachen gemacht und das hat sich so gesteigert und dann war so ja worauf stehst du noch oder wollen wir das mal probieren und so weiter und ich habe das Gefühl dass das die Beziehung so ein bisschen am Leben gehalten hat das klingt jetzt voll hart vielleicht aber das war immer so dieses du kannst etwas Neues erkunden und nach der Beziehung die ist wegen ganz anderen Sachen irgendwie auseinander gegangen wir leben einfach so in unterschiedlichen Welten glaube ich aber danach hatte ich halt mehrmals was mit so Mädels wo halt immer direkt alles da war so weißt du wie ich meine also man hatte jetzt ja so dieses man hatte so dieses sexuelle Niveau an Perversion vielleicht auch an Extremen und so und du hast das Gefühl dass also wenn ich wenn ich mir überlege was ich nach dieser Beziehung so zu Mädels gesagt habe so worauf ich Bock hätte und ich denke mir so ich hätte das einfach mal während der Schulzeit mit Tina oder mit Janine damals während der Studienzeit gemacht ich glaube die hätte mich angeguckt und hätte gesagt Digga hast du einen an der Waffe weil ich habe ja damals aus diesen Videos gelernt was man so macht und das war ja schon fail genug aber das war jetzt nicht irgendwie wir haben jetzt keine Pornos angeguckt an alle Destruktionen oder so sondern ganz normale Sachen und wenn ich mir so überlege und damals war Tina schon so holy was war das ist das jetzt immer so und auch die Janine war super offen die war so die kam auch so ein bisschen vom Dorf und so ist ja Klischee aber ich glaube sie hatte einfach vorher auch so ein paar mehr Typen als ich Mädels hatte die war halt auch so ein bisschen perverser als ich aber was sozusagen nach dieser Beziehung man so mit den mit Mädels ich geredet habe das hätte man damals nicht bringen können so ihr merkt schon ich stotter jetzt so ein bisschen weil ich ein bisschen aufpassen will was ich sage das hätte man damals nicht bringen können die hat mich angeguckt die hat eine gescheuert und ich habe gemerkt klar ich mag auch sowas vielleicht auch so ein bisschen extremere Sachen nur irgendwann stumpfst du halt ab und das ist so ein bisschen eigentlich der Punkt den ich euch erzählen wollte ich bin ja auch NoFap das kam dann so dazu weil ich so gemerkt habe ich will nicht diese Addiction haben also auch wenn ich keine Frau habe ich will jetzt nicht jeden Tag mit irgendeiner schreiben nur damit ich abends eine flanken kann weil das wird halt langweilig und deshalb habe ich auch relativ früh so mit NoFap angefangen weil ich mir so dachte ey dieses ganze Sexuelle ich will das so ein bisschen steuern können ist vielleicht nicht so sexy weil dadurch kannst du auch glaube ich besser steuern wann du halt irgendwie erregt bist besser steuern wann du kommst und so aber das finden Frauen manchmal nicht so gut nur ich mir gibt es halt so diese Kontrolle dass ich nicht dauerhaft davon geleitet wäre also schwanzgesteuert durch den Alltag und ich merke halt so dass wenn zum Beispiel wenn ich mit einer in Kontakt komme ich bin auch sehr sehr vorsichtig geworden weil ich habe echt komische Dinge erlebt und auch gesehen bei Freunden von mir wo Dinge falsch dargestellt werden und auf einmal bist du irgendwie der Buhmann obwohl du eigentlich nur zu irgendwas zugestimmt hast oder so auf jeden Fall habe ich gemerkt ich bin was das geht abgestumpft und ich genieße gerade eigentlich wieder gute Gespräche so also ich genieße wieder irgendwie gute Gespräche irgendwie mit einer einfach zusammen weiß ich nicht Basketball zu gucken oder so sowas gibt mir gerade tatsächlich mehr als dieses jo Booty Call mäßige hey bist du in 10 Minuten da das hat auch seinen Reiz aber ich glaube das ist halt wie wenn du wenn du viel Dopamine raushaust warum auch immer und du hast so einen Tag wo du sehr sehr viele Glückshormone produzierst raushost dann deine Speicher sind danach jetzt schon irgendwo leer das ist ja relativ normal und ich glaube das ist genauso beim Daten und was das ganze Sexuelle angeht also irgendwann hast du es über einfach nur so ein paar Beispiele ich gehe durch TikTok und ey ich mache da keinen Hehl draus ich mag große Kurven und so weiter meine TikTok ist so Brüste 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 ass 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 und ich swipe durch und ich merke halt so früher wäre jedes Video für mich so wow ich gucke mir das an und heute ist so ein bisschen dieses mhm 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 wisst ihr was ich meine also man stumpft so ein bisschen ab und das kann ich auf viele Dinge so übertragen so dass ich zwar nicht dem Typen der dieses Video gemacht hat ihr wisst glaube ich was ich meine dieses hey schicken wir bitte keine Nudes ich glaube ihm nicht aber ich kann es zumindest in der Form verstehen so dass man irgendwann sich so denkt das will man nicht weil ich glaube es muss sowas Besonderes bleiben und ich finde es krass dass unsere Jugend oder dass die Gen Z so offen geworden ist in den letzten Jahren also echt so 18-Jährige die also die machen ja alles was du in Hardcore siehst also wie gesagt ohne das zu judgen oder so aber das war früher nicht so weil du hattest gar nicht den Zugang also die hätten gar nicht gewusst was sie machen müssen so und das sorgt aber glaube ich dafür dass so ein bisschen dieser Reiz dass das eine Reizüberflutung ist und das finde ich halt sehr spannend weil das passt eins zu eins zu diesen Stats und auf der anderen Seite braucht man wahrscheinlich vielleicht ist das auch ein gutes Schlusswort man braucht wahrscheinlich immer so einen Sweet Spot also es gibt Szenarien ich nehme jetzt einfach mal das Szenario Beziehung weil alles andere ist ein bisschen schwierig wenn du in einer Beziehung bist dann zum Beispiel wäre ich jetzt ein Typ ich würde wollen dass es nicht immer gleich abläuft also ich würde jetzt nicht jedes Mal wenn man sich trifft Sex haben wollen ich fände es sogar geil wenn man mal Bock auf sich hat aufeinander hat und man hat keinen Sex finde ich spannend weil beim nächsten Mal ist es dann vielleicht wieder krasser und auf der anderen Seite würde ich auch sowas immer gerne so ungeplant haben weißt du so ich stehe zum Beispiel gar nicht drauf wenn ein Mädel so mega prepared mich treffen würde so im Sinne von ich habe mich geschäft ready gemacht ich dufte nach Blumen an jeder einzelnen Stelle so nach dem Motto ich weiß ganz genau es dauert maximal eine Stunde und wir haben sowieso Sex das finde ich irgendwie zu geplant und das ist für mich beispielsweise voll unsexy ich finde es viel geiler wenn es halt auch mal spontan passiert man ist vielleicht nicht vorbereitet das ist eine Situation wo man vielleicht eigentlich keinen Sex erwartet hat und so weiter so sehe ich das Ganze passt so ein bisschen zu dem was jetzt bei Tinder rauskam ja ich finde ein paar Dinge so ein bisschen schwierig also politisch gesellschaftlich engagiert ich weiß nicht ob das jetzt wirklich so ist dass das sozusagen wichtiger ist als Aussehen und Lifestyle aber dass zumindest alle Sachen so ein bisschen gleichwertiger sind da würde ich 100% zustimmen und der größte Punkt ist dieses ich nenne das immer Vibe also ein nicht Vibe mit W sondern mit V einen gemeinsamen Vibe zu haben so das kann zum Beispiel sein man hat den gleichen Humor man versteht Sarkasmus man versteht zusammen irgendwie Ironie das finde ich zum Beispiel super super wichtig weil ich hatte mal ein Date das ist auch schon wieder ein bisschen her und ich hoffe jetzt die Person erkennt sich da jetzt nicht wieder aber da habe ich so jemanden zu mir eingeladen und aus meiner Perspektive war damals das Ding also man hat ein bisschen geflirtet aber das Ding war eher so dieses man hat einen coolen Abend aus ihrer Perspektive war das glaube ich ich will auf jeden Fall flachgelegt werden und ich denke dass sie das ist jetzt aber reine Vermutung irgendwie so im Kopf hatte dass ich das erwarte was ich ein bisschen schade finde tatsächlich aber so kam sie auf jeden Fall her und sie hat so gemerkt der Typ hat irgendwie nicht so viel Interesse mich jetzt irgendwie auszuziehen nach 10 Minuten wie ich dachte und ich wollte tatsächlich mit ihr reden und dadurch war dieses ganze Date so unglaublich cringe weil sie sich die ganze Zeit so im Kopf du hast richtig so gesehen sie guckt dich an und denkt warum stehst du nicht auf mich ich habe genau das angezogen wo ich dachte du findest es super und so weiter und ich saß da und habe genau das realisiert und dachte mir jo warum willst du denn nur mit mir Sex haben und wisst ihr wie ich meine so und dann kann es ja nichts werden so der eine will irgendwie reden die andere will flachgelegt werden und dann hat das irgendwie zwei Stunden angedauert und dann haben wir es einfach so offen angesprochen und haben gesagt ey was ist eigentlich gerade los und klar super weirder Moment ich werde euch nicht sagen wie das Ganze ausgegangen ist aber ich fand es gut in dem Moment das irgendwie so zu besprechen mir ist danach aber auch klar geworden und ich habe fast niemand mehr gedatet dass das irgendwie nicht meine Welt ist gerade so oder dass ich irgendwie in dem Moment das so weird fand dass ja ich erstmal nicht mehr auf Dates gegangen bin für echt eine ziemlich lange Zeit weil ich mir so dachte diese Situation willst du eigentlich nicht haben weil sie auch als Typ übelst komisch ist weil oftmals glaube ich ist es eher andersrum so der Typ will das Mädel unbedingt flachlegen und sie denkt sich so boah bist du nur daran interessiert aber ja das ist einfach so mein Take und ich glaube alles verändert sich ich glaube das ist gut ich glaube es ist auch gut dass es mehr Aufklärung gibt aber ich glaube es gibt bestimmte Themen und so Sex glaube ich gehört safe dazu wo es vielleicht besser ist sich nicht komplett zu offenbaren im Internet weil das vielleicht das als letztes ich habe gar nichts gegen Onlyfans Plattform und so weiter ich kenne selber die Nadine Karastas sehr gut ich kenne die Nicole und auch andere Mädels die das machen aber ich glaube es ist gerade so bei TikTok bei TikTok ist halt so ein Video kann ja über Nacht wirklich Millionen von Views bekommen ich denke bei vielen jungen Mädels tatsächlich besser wenn man einmal mehr nachdenkt und so überlegt ey das kann jetzt viele Klicks kriegen aber viele Klicks ist nicht immer gut es ist cool so weil vor den Freunden und so ist man ey viral und dein Video ist voll abgegangen aber ab und an vielleicht zu überlegen finde ich das in 2, 5 und 10 Jahren immer noch cool also finde ich das immer noch cool weil denk dran ey was du ins Internet stellst gerade wenn es viral geht es bleibt im Internet irgendwer wird das finden und ich habe neulich eine Seite ausprobiert da kannst du ein Bild hochladen und diese Seite also scannt wirklich das komplette Internet und zeigt dir alle möglichen Seiten wo deine Bilder sind und wo dein Gesicht ist und es kann sogar sein wenn du deine jetzige Freundin oder so da eingibst dass du auf einmal eine Seite findest keine Ahnung wo deine Freundin vielleicht in irgendeinem Video mitspielt auch wenn sie gar nicht weiß dass das Video hochgeladen wurde wenn du verstehst was ich meine und deshalb denke ich vielleicht ist Reiz immer so ein Reiz ist ja etwas was kreiert wird dadurch dass man nicht Dinge sofort hat weißt du wenn du es so machen könntest und du hast ein Sixpack dann wäre Sixpack nichts krasses weil jeder schnippst und hat und ich denke gerade bei dem Thema Date Sex sich offenbaren und so weiter nicht jedes Mal aber ab und an ist es vielleicht gut nicht sofort alles zu zeigen ein bisschen drüber nachzudenken so dieses Bewusstsein haben für long term vielleicht sagt man auch einfach ey ich hab da gerade Bock und ich will das no judge hab ich auch gemacht aber ja das sind so meine Gedanken dazu und ey dieses Date ich kann euch wirklich leider von einigen sehr sehr weirden Dates erzählen also ich bin gar kein ich bin wirklich gar kein Date-Typ ich merke das immer wieder so das ist so dieses klassische Date so man macht irgendwas ab so Zeit Uhrzeit XY man geht zusammen irgendwie essen und man hat so alle dieses Geplante ich glaube das ist das was mich am meisten abfuckt dieses wenn du von vornherein sagst 20 Uhr das 22 Uhr das du sagst vorher noch wenn sie dann auch noch vorher schreibt so vielleicht ist das zweite dritte Date ja dann soll ich dann heute bei dir schlafen boah ich weiß nicht warum musst du das jetzt wissen weil du dann deine Zahnbürste mitnimmst ich meine du stirbst nicht wenn du einmal nicht die Zähne putzt oder nimmst halt meine du hast wahrscheinlich also wenn du bei mir schläfst hast du wahrscheinlich davor Dinge im Mund gehabt weißt du so dann ist meine Zahnbürste vielleicht das geringe übel die dann zu benutzen aber dieses immer so durchplan dieses ja dann nehme ich noch Sachen mit für morgen und so das ist glaube ich echt ein Punkt der mich immer voll daran hindert überhaupt sowas zu haben weil dieses Spontane doch eigentlich viel nicer ist so anstatt das so komplett immer durchzusprechen naja genauso wie wenn du halt vorher dich halt triffst und du halt vorher schon jedes kleinste Detail was sie mit dir und du mit ihr machen willst so absprichst dass man eigentlich schon das komplette Drehbuch hat ich weiß nicht nehmt das nicht irgendwo den Reiz wie seht ihr das Ganze schreibt gerne mal in die Kommentare wenn ihr das Ganze bei YouTube seht schreibt gerne mal eine Rezension dazu aber das ist einfach so mein persönlicher Take nicht alles sofort zeigen Reizüberflutung wie hat sich Dating verändert mich würde es echt mal interessieren weil wie gesagt ich habe keine Dating Apps ich lerne sehr spärlich nur Leute kennen aber so dieses Übertriebene da zum Beispiel bin ich jetzt gerade so dass ich sage boah reizt mich gerade nicht ne wohingegen wie gesagt der Torben vor 5 Jahren vor 6 Jahren oder so den hat es gereizt und vielleicht ändert sich das auch wieder aber momentan ja sind das so meine Gedanken dazu das war es an dieser Stelle mit der Podcast Folge kein Kaffee mehr keine Jazzmusik außer du hast selber welchen zu Hause und hörst welche ich würde mich freuen wenn du natürlich diesen Kanal abonnierst wenn du mir ein Like da lässt lass uns gerne in den Kommentaren diskutieren ich bin auch immer offen für Themenvorschläge und ansonsten sehen wir uns nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr ach ja bevor du jetzt wegschaltest werde ich dir an dieser Stelle noch eine Folge verlinken die dir vielleicht auch gefällt auch immer wieder